Ich mache einen Disstrack gegen euch. Schizophrenie. Stimmen hören. Lass dich nicht vom Schaitan irreführen. Allah hat doch Schaitan in die Irre geführt. Guck mal, Allah gebetet einen Geschöpf, ne? Dass alle Engel sich vor ihm niederwerfen sollen, außer Iblis. Er hat sich geweigert und Gott wurde zahnig auf Iblis. Was bringt das? Und dann Adam so zu ehren und ihm eine Sache zu verbieten. Von denen er wusste, angeblich wusste Allah, dass alles, was vorher passieren würde. Ist klar. Kannst du vergessen die Hadiths. Warum machst du mich hoch? Ja, keine Ahnung, weil du Einladung geschickt hast. Ich habe keine Einladung geschickt. Ja, dann geh raus, wenn er willst. Aber warum hast du den Islam? Weil es ist nichts passiert. Ja, weil der Islam einfach eine scheiß Religion in meinen Augen ist. Kannst du voll vergessen. Alles ist Alam. Was hat Alam. Das Alam. Dies Alam. Man ist auf Fluch, wenn man den Frauen nachmacht. Dies, das und hast gesehen und so. Und das ist einfach alles zu viel, Subhanallah. Möge Allah Subhanahu Wa Ta'ala dich recht leiten. Ich hoffe nicht. Nein. Er war in der Fluch. Ich bin wohlführend. Ich bin wohlführendell. Der Schwertan hat sich obst genommen. Ja, der Handler ist doch schön, wenn der Schwertan mich obst nimmt. Und was bist du jetzt? Nichts. Vielen Dank.